Wenn sich Wünsche bisher nicht erfüllt haben. Wenn Dinge in unser Leben traten, die wir gar nicht wollten. Wenn wir unglücklich sind oder Niederlagen einstecken mussten, finden wir die Ursache dafür im Gesetz der Resonanz. Alles, was wir wollen, können wir erreichen. Alles. Jeder von uns. Auch du. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wir alle haben die Möglichkeit, unsere Leben zu verändern. Es ist wie die Channels auf ein TV-Setz. Wir können in verschiedene Channels tuneieren. Our heart ist die strongest Bio-Electrical-Generator in der Körper. Es gibt alle anderen Dinge, und alle anderen Dinge mit uns. Finde heraus, was deine innerste Überzeugung ist. Und du hast den Schlüssel für dein Leben in der Hand. Wir sind wirklich Schöpfer. Wenn du sein könntest, wer immer du sein möchtest, wer möchtest du gerne sein? Entdecke das Gesetz der Resonanz. Ein Film von Pierre Frank